Hi meine Schönen! Schön, dass ihr wieder da seid! Herzlich Willkommen zurück! So meine Lieben, wie ihr bereits im zweiten schon gesehen habt, geht es heute um die Instalbox. Die ist auch bei mir angekommen im Jahr. Endlich! Ich sag mal, ich höre auf zu schnacken und dann schauen wir mal gemeinsam in die Box rein. So meine Lieben, die Instalbox ist auch eine Abo-Box, die erscheint viermal im Jahr. Also 3, 6, 9, 12. So in den Rhythmus. Kostet 29,95 im flexiblen Abo. Ihr könnt natürlich auch ein Halbjahres-Abo abschließen oder ein Jahres-Abo. Es gibt insgesamt vier Boxen im Jahr. Und ja, ich sag mal, ich habe noch nicht reingeschaut. Auf jeden Fall ist sie wieder schwer. Bis jetzt ist es meine Lieblings-Box. Letzten Monat war ich ein bisschen enttäuscht. Aber insgesamt finde ich, dass das die beste Box ist. Insgesamt finde ich, dass das die beste Box ist, die so auf dem Markt ist. Für mich auf jeden Fall. So, wir öffnen. So, so ist der erste Blick. Schon mal der erste, wenn man öffnet. So, der erste Blick. So, jetzt muss ich mal gucken, wie die rauskommen. So. Die Box ist so wie immer. Weiß, schlicht. Ist wie so ein Stoffüberzug. Ist hier drauf. Ähm, ja. Ich öffne jetzt. Ich öffne. Letzten Monat hatten wir so einen tollen Becher da drin. Kaffee, Kaffee-Tobogo-Becher. Aber wenn der runterfällt, ist der kaputt, weil der aus Porzellan war. War schon ein bisschen gefährlich. So. Bevor ich das Klebe aufmache, zeige ich euch nochmal die Box. So, ne. Machen wir auf. Wie gesagt, 29,95. Ein flexibler Abo. So. Die Preise werden wir hier nicht finden. Die werde ich euch wieder separat einblenden. Dann werde ich raus suchen und einblenden. So machen wir das. So, als erstes kommt mir ein Pröbchen entgegen. Okay. Ah, das wollte ich auch ausprobieren. Das Flakon oder Flakon. Der Originalflakon. Finde ich ja total schön. Schaut mal. Ja, ne. Ich rieche mal. Marc Jacobs. Ja. Ist okay. Sehr frisch. Bisschen seifig, würde ich sagen. Die Duftnoten werde ich euch raussuchen. Und einblenden. Ne. Es ist runtergefallen. Hebe ich dann gleich auf. Ja. So. Dann haben wir ein bisschen Krisselpapier hier drin. Mache ich das mal zur Seite. Okay. Okay. Deodoc. Daili Intimate Wasch. Violett Cotton. Okay. Ist das ein Deo? Ich gucke mal eben in einem Heftchen. Aber ich zeige euch das erstmal. Weiß ist es immer schlecht. Blendet immer so schön. Gucken wir mal, ob das ein Deo ist. Also ruhig doch in einem Heft mal einfallen. Vier verschiedene Duftnoten auf jeden Fall. Ah. Das ist eine Intim Waschlotion. Ist das. Ein Reinigungspflege für den Intimbereich. Ja. Finde ich okay. Muss man auch machen. Ne. Finde ich gut. Auf jeden Fall ist das in Schweden entwickelt worden. Ja. Ist okay. Finde ich gut. Finde ich absolut okay. Wie gesagt. Vier verschiedene Duftrichtungen gibt es. 35 Milliliter. Zum Testen finde ich das gut. Ich denke mal, das wird aber eine Originalgröße sein. Gehe ich von aus. Gehe ich von aus. Deodoc. Okay. Aus Schweden. So. Okay. Vitamin Feuchtigkeitscreme Tag. Von Hildegard Baumann. Ne. Braugmann. 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 Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Hydroaktive Tagespflege mit Antioxidantiver Wirkung. Feuchtigkeitsarme Haut. Oh, das ist gut. Also immer diese komischen Fremdwörter, wenn man die nicht kennt. Ah. Vitamin, ne. Und Tagescreme. Das finde ich nicht schlecht. Auch die Verpackung finde ich gut. Also Vitamincreme ist immer gut. Morgens nackter Reinigung aus Gesicht und Hals auftragen und Sankt einmassieren. Aber ich mache die jetzt mal nicht auf. Ich mache die jetzt mal nicht auf. Weil ich habe hier erstmal noch was stehen. Ja. Gut. Finde ich gut. Wird auch ein bisschen ordentlich günstig sein. Ja. Ist schön. So. Dann haben wir hier was zu trinken. Das war so schwer. Grüner Tee mit Mango. Okay. Bioerflischungstee. Vom Tee. Mach mal nicht mal auf. Probieren wir. Ja, ne. Okay. Ohne Kohlensäure. Ist okay. Ne. Tee halt, ne. Aber. Okay. Wie gesagt. 29,95. Ne. So. Jetzt haben wir hier noch was Kleines. Oh. Was für die Haare. Anti-Fiss Serum für sofortige Kämmbarkeit. Das finde ich gut. Von Puffing Beauty. Kenne ich nicht. Könnt ihr was sehen? So, ne. Ja. Ja. Wird bestimmt zu sein. Naja. Können wir jetzt nichts dran riechen. Ich glaube, das war auch in verschiedenen Duftrichtungen. Muss man gucken. Das ist gut. Ein Serum für die Haare. Für die Haarspitzen. Okay. Wir hätten auch, äh. Wir hätten auch eine Creme drin haben hätten können. So wie ich das hier sehe. So wie ich das hier sehe. Oder vielleicht haben wir auch noch die Creme hier drin. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir gleich mal. Zeigt euch gleich. Ja. Drei verschiedene, äh. Pflegeprodukte. Ja. Wir hätten auch was für Hitze haben können. Oder eben für Volumen und Kräffigkeit, ne. Aber damit bin ich echt zufrieden. Gerade bei langen Haaren. Ja. Das finde ich gut. Gibt es auf jeden Fall drei verschiedene Sorten. Ja. Das ist gut. Finde ich super. So. Und dann haben wir, was haben wir hier? Ein Schauergel von S. Oliver. Super. Ja. Magnolia, Bamboo, Rosé. Ja. Das finde ich gut. Oh ja. Mhm. Ich denke mal, das gibt es auch in verschiedenen Duftrichtungen. Ich muss mal gucken. Ne, das gibt es nur in einer Duftrichtung. Okay. Ein Schauergel. Ja. Finde ich gut. Ne. Und das riecht aber wirklich gut. Muss ich sagen. Ich bin ja so ein Duftjunkie. So. Ah, okay. Haben wir doch drin. Okay. Von den Duftbröbchen. Von Marc Jacobs haben wir eine Bodylotion. Ja. Zum Testen. 30 Milliliter. Ist okay. Finde ich gut. Okay. Von den Duftbröbchen von Marc Jacobs haben wir eine Bodylotion. Ne. Ja. Das ist gut. Ich finde die Box klasse. Oh ja. Schön. Ja. Haben wir was für 2-3 Mal. Haben wir so ein kleines Erlebnis. Oh, wir haben tolle Sachen drin. Ganz toll. Finde ich super. So. Jetzt haben wir eine Mascara. Okay. Von Mandara Organic Makeup. Okay. Volumen Mascara. Also für 29,95 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Ne. Da kann man sich jeden Monat 10 Euro zurücklegen. Und das lohnt sich definitiv. Fühlt sich echt gut an. Okay. Oh. Das Bürschen. Finde sich interessant aus. Interessant. Ein Gummibürschen. Okay. Ich muss mal eben den Gerufstest machen. Ne. Ist okay. Kein stinkigen, weißiger Geruch. Das ist perfekt. Vegan. Okay. Eine vegane Geschichte. Okay. Werden wir testen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte und wir haben noch 2, 3 Produkte. So. Was haben wir denn hier? Ein weißes Kästchen, Schächtchen. Okay. Was ist das? Eine Kerze? Oh. Die riecht so. Wisst ihr wie die riecht? Mit so einer Vanillecreme, Milchcreme. So wie eine Milchcreme. Schaut mal. Zum reinbeißen. Wie ist das zum reinbeißen? Ich muss mal lesen, ob da was steht. Also hier steht nichts vom Duft, aber ich bin der Meinung, dass die riecht. Riecht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall süß, ne? Könnte was größer sein, aber süß. Ja. So. Und dann haben wir noch, das war ein Sneak & Peek Produkt von Sassy Beauty. Ich hoffe ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Eine Highlighter Palette müsste das sein. Pure Glow Palette. Okay. Davon hatten wir in der Weihnachtszeit in einem Kalender, ich glaube das war ein Pinkbox Kalender, hatten wir eine Creme drin gehabt. Oh ja. Ja. Schaut mal. Schöne, schön, schön. Ne? Schöne Farben. Waschen die mal. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Also haut mich jetzt nicht vom Hocker. Muss ich echt sagen. Das ist jetzt nicht, wo er BEM macht, ne? Aber muss nicht immer BEM machen. Für tagsüber ist das ganz okay. Werden wir auf jeden Fall auch testen. So. Auf jeden Fall für 29 Euro kann man nichts falsch machen. So. Letzter Produkt. Letzter Produkt. Und das sind Kapseln. 30 Kapseln. Also für 30 Tage. Reicht an Vitamin C zu unterstützen des Immunsystems. Finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen. Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Ähm. Hergestellt in Deutschland. Zuckerfrei, glutenfrei, laktosefrei. Ähm. Okay. Propolis ist da mit drin. Ja. Das finde ich gut. Sind so Kapseln, ne? Doch. Die finde ich super. Ja. Schön. Ich lasse die jetzt nicht rein. Super. Doch. Das ist gut. 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 Dann sind wir jetzt schon durch. Es ging ja schnell, ne? Auf jeden Fall haben wir diesen Monat kein Lifestyle-Produkt drin, ne? Okay. Die Kerze, ne? Okay. Die Kerze. Dafür hatten wir letzten Monat, hatten wir zwei tolle Lifestyle-Produkte drin, sozusagen. Das Stirnband war drin, ne? Und der Becher. Der Becher war drin gewesen. Die Palette. Also letzten Monat hat die Box mir besser, also vor drei Monaten hat die Box mir besser gefallen. Ja. Obwohl die ist nicht schlecht. Wir haben schöne Produkte drin. Wir haben Waschzeug. Wir haben für die Haare was. Wir haben was fürs Gesicht. Wir haben was für die innere Schönheit. Sozusagen. Ähm. Den Highlighter. Was zum Duschen. Was zum Duften. Doch. Schlecht ist es nicht. Doch, doch, doch. Ich bereue es nicht, dass ich sie mir bestellt habe. Ich hab die auch fleißig im Abo. Finde ich gut. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box findet. Wie ihr die Produkte findet. Und wenn ihr vor drei Monaten die Box hattet, wie ihr die beiden Boxen jetzt findet. Ne? Welche Box euch besser gefallen hat. Genau. Wie vor dem letzten Mal. Oder diesem Mal. Ich finde, beide waren schön. Doch. Beide waren schön. Ja. So, mein Lieben. Das war es jetzt. Wie gesagt, ein Däumchen nach oben würde ich mir wünschen. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Würde ich mich auch riesig erfreuen drüber. Und natürlich unter dem i findet ihr weitere Videos von mir. Wo ihr weitere Videos von mir findet. So, meine Lieben. Ich sag jetzt mal Dankeschön fürs Reinschauen. Zuschauen. Dranbleiben. Dankeschön. Denkt da und basst auf euch auf. Achtet auf euch. Achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns. Eure Tanja. Ciao. Tschüss. Ciao. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.